Kinder mit und ohne Behinderung gleichzeitig zu betreuen, ist eine große Herausforderung. Das Ziel ist es, dass jedes Kind so wahrgenommen wird, wie es ist, die Toleranz gefördert wird und ein gemeinsames Miteinander geschaffen wird. Doch gelingt das so auch in der Praxis? Ich bin Janine Farseud, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und mit vielen Eltern vernetzt, die Unterschiedliches berichten. Es kann klappen, wenn die Mitarbeitenden offen dafür sind, Schulungsangebote an die Hand bekommen und auch in ihrer Ausbildung mehr über die Arbeit mit Kindern mit Behinderung lernen. Der Alltag sieht häufig anders aus. Ausflüge, Spielangebote und Betreuung sind nicht immer für alle umsetzbar. Häufig haben Kinder mit Behinderung eine eigene Pflege- und Betreuungskraft dabei, die sich ausschließlich um das behinderte Kind kümmert. Somit geht das Miteinander verloren. In erster Linie ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass die Arbeit mit Kindern mit Behinderung Bereitschaft, Offenheit und das Begrüßen von neuen Erfahrungen fordert. Nur so kann inklusive Arbeit gelingen. Die Aufgabe soll es sein, die Beziehung der Kinder untereinander zu stärken, aber auch gezielt dort Unterstützung anzubieten, wo sie benötigt wird. Und zwar von allen an der Betreuung der Kinder beteiligten Fachkräfte. Es geht nicht nur um Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern auch darum, Bedingungen zu schaffen, diesen Bedürfnissen Raum zu geben. Wie kann das gelingen? Kinder mit Behinderung brauchen oft noch mehr Strukturen, Rituale, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Stehen Sie in engem Kontakt mit den Eltern, sprechen Sie über Stimmungen, Verhaltensauffälligkeiten und überlegen gemeinsam, was der Auslöser gewesen sein kann. Schreiben Sie etwas auf, wenn Sie etwas Neues herausgefunden haben und geben Sie es an das Team weiter. Zum Beispiel, Sandra lag heute das erste Mal entspannt in ihrer Hängematte. Es könnte an der Sonne gelegen haben, die auf ihre Füße schienen. Teilen Sie solche Momente auch mit den anderen Kindern. Schau mal, die Sandra, sie wirkt glücklich, oder? Die Arbeit mit Eltern von Kindern mit Behinderung ist eine andere. Oft haben Sie einen anderen Alltag, sind in ständiger Sorge, können sich schwer lösen. Hören Sie zu, nehmen Sie die Sorgen ernst und entwickeln gemeinsam ein Konzept. Achten Sie darauf, dass die Gruppen im Gleichgewicht bleiben. Klären Sie die Kinder kindgerecht auf. Warum ist er oder sie so und warum darf er oder sie andere Sachen haben als andere Kinder? Beziehen Sie die Eltern der anderen Kinder mit ein. In Elternabenden soll Raum geschaffen werden für Austausch untereinander. Lernen Sie, Kinder mit Behinderung zu lesen. Was macht ihnen Spaß? Wann wird es ihnen zu viel und was ist dann zu tun? Es gibt Integrationskräfte, die unterstützen können. Und eine Vernetzung außerhalb der Einrichtung ist unfassbar wichtig. Wir lernen häufig ganz viel voneinander im Austausch miteinander. Bei Auto- oder fremdaggressiven Verhalten erklären Sie den anderen Kindern und Eltern, warum dieses Verhalten gerade aufgetreten ist. Lassen Sie Kinder auch gemeinsam erleben. Zum Beispiel legen Sie sich alle auf den Boden und erkunden Griechen die Umwelt. Oder Sie halten sich alle die Augen zu und versuchen, ein paar Schritte zu gehen oder ein Bild zu malen. Probieren Sie aus, lassen Sie Fantasie zu, lassen Sie erleben, entwickeln Sie Konzepte und lassen die Eltern und Kinder mitgestalten. Legen Sie fest, wer welche Themen in diesem Konzept übernimmt und wo Unterstützung benötigt wird. Reduzieren Sie Kinder nicht auf Ihre Behinderung. Ein Vierjähriger, der nicht laufen kann, entwickelt sich anders als ein Vierjähriger, der nichts sieht oder der nichts hört. Ein Kind, das sprechen kann, geht anders in Kontakt als ein Kind, das nur lautiert, zum Beispiel brummt oder schreit. Auch die Wahrnehmungen sind je nach Behinderung unfassbar unterschiedlich. Setzen Sie sich mit den Krankheitsbildern der Kinder auseinander, das hilft Ihnen richtig gut im Verstehen. Sie sehen, es gibt viel zu beachten, aber nichts ist unmöglich. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Impulse für Ihre Praxis an die Hand geben. Mit guter Kommunikation mit allen Beteiligten, Offenheit für Neues und Verständnis füreinander kann die Arbeit mit Kindern mit Behinderung gelingen.